servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal in diesem video geht es darum was ihr heute alles erledigen könnt oder solltet wenn ihr euch in das spiel einloggt ich werde natürlich auch noch mal ein video machen wo alles ingame gezeigt wird jetzt sind wir noch stand vor patch wo ich das video aufnehme der patch erscheint dann heute hoffentlich wenn ihr dieses video seht ist er gerade frisch draußen und das soll euch einfach einen kleinen überblick geben was ihr alles tun könnt in sereth mortis die zone ist groß es gibt viel zu tun aber womit fängt man am besten an deswegen schon mal vorab dieser kleiner video guide wir machen das ganze dann selber auch noch mal ingame natürlich aber hier seht ihr schon mal die wichtigsten punkte als erstes und das ist passiert eigentlich automatisch ihr werdet von oribos sowieso nach sereth mortis gebracht ihr stellt dann da ein portal her dass ihr hin und her reisen könnt bekommt dieses chiffren der ersten system ihr bekommt zugriff auf daily quests und so weiter und so fort campaign skip für twings dafür müsst ihr die ersten drei kapitel der neuen kampagne abgeschlossen haben es werden auch nur in dieser woche diese drei kapitel verfügbar sein insgesamt sind sieben danach kommt pro woche ein weiteres hinzu also wie wir das bisher auch schon kannten ich habe das ganze auf dem ptr selber gespielt diese 45 minuten die hier beanschlagt werden kommt ungefähr hin je nachdem wie viel zeit ihr euch lasst ob ihr zwischendurch noch erkundet oder einfach strikt durch questet und nichts lest die zonen ist ganz schön den einstieg finde ich auch gelungen also court hier war da wesentlich schlechter meiner meinung nach von daher wünsche ich euch viel spaß damit das ist echt ganz in ordnung dann könnt ihr durchstarten mit den erleuchteten die neue rufe fraktion in sereth mortis die gibt euch auch eine weekly quest patterns within patterns wo ihr quasi aktivitäten erledigen müsst ähnlich wie dieses das schicksal gestalten aus aber das ding resettet halt nicht jede woche sondern alle drei tage gibt aber auch wieder einen ordentlichen batzen ruf also das solltet ihr mitnehmen ja um möglichst viele belohnungen einzuhalten um am ruf up to date zu sein also ihr habt hier was ihr erfüllen müsst ich denke mal es wird wieder so einen so ein balken sein den ihr da füllen müsst worldboss geben scheinbar 25 prozent wieder rare mobs 5 dailies und so weiter 10 prozent worldquests auch treasures 3 prozent also alles so ein bisschen wie in cortia könnt ihr euch aussuchen was ihr am liebsten machen möchtet und ja dann steht dem abschließen dieser quest eigentlich nichts mehr im wege zum ruf guide und so weiter dazu kommen wir dann auch noch wenn das ganze live geht aber so startet ihr schon mal gut rein und habt diese quest erledigt und gleichzeitig lernt ihr dabei halt systeme und elemente der welt von sereth mortis kennen dann als chifrin der ersten system wenn ihr es freischaltet kriegt ihr direkt 120 dieser chifrin ihr könnt damit direkt los starten gestern hatten wir dann auch schon ein video gemacht wie ihr am besten skillen solltet je nachdem welche interessen ihr verfolgt also da könnt ihr auch gerne mal reinschauen damit solltet ihr noch loslegen und ansonsten ist es ziemlich euch überlassen was ihr danach macht es ist ja in gewisser weise gecappt neuer raid hat noch nicht auf die neue mythic plus season auch noch nicht und so weiter und so fort allerdings könnt ihr beispielsweise schon mal rare mobs grinden weil die ja jetzt auch ruf geben nicht mehr so viel wie ursprünglich angeplant aber theoretisch wenn ihr zeit und lust habt könnt ihr alle rare mobs grinden und euch damit schon mal einen kleinen kickstart geben in sachen ruf oder ihr farmt chifrin whatever also die möglichkeiten sind ziemlich begrenzt das sind aber auf jeden fall die steps mit denen ihr starten solltet und damit wünsche ich euch ganz viel spaß mit 9.2 kommt gut herein lasst ein abo da wenn euch das video gefallen hat und ihr noch nicht abonniert habt es kommen viele viele news auf euch zu bis dahin habt eine gute zeit reingehauen